Also zunächst natürlich erstmal herzlichen Dank für die Einladung hier zu diesem Gastseminar oder für mich als Gastseminar zu Ihrem Seminar. Ich werde mich Ihnen auch gleich nochmal ein bisschen im Detail vorstellen. Ich würde aber ganz gerne damit starten und ich hoffe, Sie sehen jetzt die Präsentationsfolie. Geben Sie mir nur einen kurzen Hinweis an der Stelle bitte, ob das funktioniert. Ja, okay. Dann, ich würde gerne mit Ihnen und das passt, glaube ich, auch in der Reihenfolge und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich praktisch meinen Vortrag nach dem Vortrag von dem Herrn Stoppelkamp halten kann, weil gewohnheitsgemäß natürlich der Arbeitgebervertreter an der Stelle natürlich auch als BDSW dort ein, ich sage mal, natürlich einen sehr positiven Blick auf die Branche hat. Ich würde das ganz gerne ein bisschen abrunden dahingehend, dass ich mich mal kritisch mit Ihnen heute auseinandersetzen möchte zu den unterschiedlichsten Themen. Ich würde ganz gerne so einen Bogen spannen von der Fragestellung, wie wichtig nehmen wir uns eigentlich als Branche, als wie wichtig sehen uns Politik und Gesellschaft an, welche Beeinflussungsfaktoren gibt es da drin? Also wir werden uns so ein bisschen auch anschauen, wie wird denn überhaupt über die Sicherheitsbranche berichtet? Wie wird eigentlich die Sicherheitsbranche auch gesehen? Und diesen Bogen würde ich ganz gerne dorthin gehen schlagen, dass wir uns auch die Frage stellen, naja, wie hat sich denn die Branche eigentlich durch Corona oder die Corona-Pandemie verändert? Um dann am Ende des Tages an den Punkt zu kommen, dass wir uns die Frage stellen, was braucht es denn eigentlich dahingehend, um ja letztendlich wirkliche Veränderungen herbeizusehnen, herbeizurufen, um eben letztendlich vielleicht auch die Fremdwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung, die wir in der Branche haben, näher zusammenzubringen. Das ist natürlich alles sehr, sehr subjektiv hier und deshalb würde ich mich umso mehr freuen, wenn wir es schaffen könnten, hier in eine Diskussion zu kommen. So wie ich es mitbekommen habe, gibt es ja Teilnehmerinnen, die tatsächlich schon im privaten Sicherheitsgewerbe unterwegs sind und auch ihre Erfahrung gesammelt haben. Ich finde es genauso spannend, aber auch wenn wir heute praktisch die polizeiliche Seite mal mit reinbringen, weil ich glaube, da gibt es auch aus der eigenen Erfahrung, die ich da gemacht habe oder aus der eigenen operativen Arbeit eine ganz, ganz starke Divergenz zwischen, was erzählt denn die private Sicherheitsbranche eigentlich über Private-Public-Partnership auch in den Ausbildungen, in den Qualifizierungen und wie sieht das tatsächlich in der Realität am Ende des Tages aus? Ich werde Sie zwischendurch das als Ankündigung auch immer wieder mal mit einbinden. Ich habe praktisch die ein oder andere kleine Umfrage implementiert, die dann auch online stattfinden wird. Das heißt, das Einzige, was Sie brauchen an dieser Stelle, ist Ihr Smartphone mit einem QR-Lesel oder QR-Scanner. Da werden auch praktisch wieder mal keine Daten von Ihnen gesammelt. Sie haben dann die Auswahlmöglichkeit, dass Sie auf eine der vorgegebenen Antworten klicken und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir an dieser Stelle auch tatsächlich das so ein bisschen als Diskussionsinpunkt nutzen können. Wahrscheinlich werden Sie sich jetzt fragen, wer ist denn der Horn eigentlich und warum ist er hier? Das Warum müssen wir vielleicht am Ende des Tages nochmal den Florian Flörsheimer fragen, aber wer ist, das bin ich und darüber kann ich was erzählen. Ich bin seit 2009 in der Sicherheitsbranche, habe mich tatsächlich nach meinem Abitur ganz explizit für die Sicherheitsbranche entschieden, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich will jetzt mal was Praktisches machen, was zum Anfassen machen. Nach 13 Jahren Schule mit Abitur war das für mich tatsächlich eine, war es genug mit der theoretischen Ausbildung, habe dann tatsächlich angefangen auch mit der Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit und habe dort tatsächlich gemerkt, dass das absolut meine Branche ist. Ein paar Erfahrungen hatte ich dann schon zu meinen Schulzeiten gesammelt. Ich habe damals sehr aktiv Kampfsport gemacht und die Kampfsportszene ist, ja, der eine oder andere weiß das vielleicht ja auch tief verwurzelt in der privaten Sicherheit. Das heißt, ich konnte an der einen oder anderen Stelle tatsächlich mal mitgehen, mitlaufen, mir das anschauen und habe gesagt, okay, das ist etwas, was mich interessiert und habe das auch diesen Gedanken und diesen Eindruck verfestigt während der Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Jetzt muss man aber dazu sagen und das ist vielleicht auch so die erste spannende Perspektive, die man auf die Entwicklung der Sicherheitsbranche werfen muss. Als ich 2009 angefangen hatte, hatten wir noch keinen allgemein verbindlichen Mindestlohn. Ich bin komplett naiv in die Branche reingegangen, habe mir ein Sicherheitsunternehmen ausgesucht, das bei mir um die Ecke seine Niederlassung hatte. Das war Sicherheit Nord damals gewesen. Das Sicherheit Nord, das wissen die wenigsten, ist eines der größten Sicherheitsunternehmen, die wir haben, zählt zu den Top 5, aber da steht meiste Zeit nicht Sicherheit Nord hinter, sondern die Kieler Wach- und Schließgesellschaft mit den Gebrüder Wackerhagen, die praktisch die Sicherheit Nord hier in Ostdeutschland als eigene Gesellschaft gegründet haben, um praktisch hier aus dem Zusammenkauf von den unterschiedlichsten Unternehmen auch ihre Präsenz in Ostdeutschland und dazu zähle ich jetzt auch mal Berlin mit dazu, zu erweitern. Und ich hatte damals das Glück, dass ich praktisch gesagt habe, okay, aus rein praktischen Gründen entscheide ich mich für dieses Unternehmen und hatte deshalb das Glück, dass ich tatsächlich noch vor der Tätigkeit, aber eben auch danach während meines Bachelorstudiums in den Tarifvertrag gefallen bin, der zwischen BDSW und Verdi abgeschlossen wurde, noch nicht allgemein verbindlich war. Also der galt nur für Arbeitgeber, die im BDSW engagiert waren und habe da 5,25 Euro die Stunde verdient. Wenn das schon wenig klingt, dann kann ich Ihnen ein weiteres Beispiel geben. Zu der Zeit war ein auch sehr bekanntes und großes Unternehmen für die Sicherheit des Deutschen Bundestages zuständig gewesen und die haben ihre Mitarbeiter aus Sachsen angekarrt und dort haben sie im Deutschen Bundestag, also eigentlich an der höchsten demokratischen Stelle, die wir haben, 3,45 Euro verdient. Und die Leute, die Mitarbeiter, die Menschen mussten, obwohl sie und diese ganze Divergenz zwischen was verstehen wir eigentlich unter Sicherheit und wie wird Sicherheit eigentlich gelebt, die wird sich auch ein bisschen hier auch durch diesen Vortrag durchziehen. Die Leute haben für Sicherheit gesorgt im größten und größten demokratischen Amt unserer Bundesrepublik und sind am Ende des Tages zum Jobcenter gegangen, um dort aufzustocken. Vielleicht kennt der ein oder andere das Sicherheitsüberprüfungsgesetz, das ja für bestimmte Tätigkeiten im Bundesministerium primär für privatwirtschaftliche Unternehmen dort relevant sind. Da muss ich immer schmunzeln, wenn man da, das ist glaube ich ab der Stufe oder die Maximalstufe 3, eine Fragestellung, wo man Verdienste und Schufa-Auskunft und ähnliches abgefragt wird, wenn man dort in den Erklärtext reinschaut und dort liest, naja, diese Abfragen erfolgt hinsichtlich der Überprüfung, ob die Mitarbeiter bestechlich sind. Und jetzt überlasse ich es mal Ihrer Fantasie an dieser Stelle, ob man mit 3,45 Euro, 5,25 Euro oder heute vielleicht um die 11 Euro bestechlich ist oder nicht. Klar, jeder glaube ich hat von uns seine Summe, aber wir sind bei Weitem noch nicht in dem Sektor, dass wir für diejenigen, die auch vor allem in prekären Arbeitsverhältnissen leben, dort tatsächlich gut über die Runden kommen für den Job, den sie durchführen und umsetzen sollen. Und da habe ich gesagt, das ist der richtige Weg, das ist auch das richtige Ziel und habe aber nicht der richtige Verdienst, weil irgendwann will man ja auch nochmal eine Familie gründen, man möchte eben am Ende des Tages nicht aufstocken gehen. Also habe ich mich umgehört und da war der Studiengang Sicherheitsmanagement bei Ihnen, den Sie ja heute in Teilen zumindestens ja auch belegen, an der HWR noch relativ neu gewesen, wenig bekannt gewesen. Aber das ging in die Richtung, wie ich mir vorgestellt habe, dann relativ schnell auch in die Administrative zu gehen, habe dort praktisch von 2010 bis 2013 studiert, habe dann aber weiterhin für diese, ja, oder unter diesen Arbeitsbedingungen, denn Mindestlohn ist dann relativ schnell angehoben worden und allgemeinverbindlich auch passiert, aber habe dann gesagt, okay, ich arbeite weiter in der Branche, weil ich glaube, dass das auch ein Qualitätsmerkmal ist, ob man während des Studiums sich mit der Materie, in der man sich später beschäftigen möchte, weiterarbeitet oder man eben auf andere Art und Weise seinen Lohn und Brot verdient. Und auch wenn sich das, glaube ich, inzwischen gedreht hat, glaube ich, ist vor allem auch in der administrativen Tätigkeit, die man dann nachher, sei es in einem Sicherheitsdienstleister oder dann in der Unternehmenssicherheit, ist das, glaube ich, unglaublich wichtig, wenn man dort operative Erfahrung mitbringt. Dann war 2013 gewesen und dann sind sie heute auch schon wieder, zumindest diejenigen, die im Sicherheitsmanagement den Studiengang dann auch zeitnah beenden, wären wieder in einer komfortablen Situation als gegenüber vor acht oder dann neun Jahren im nächsten Jahr. Den Studiengang kannte damals niemand. Man hat damals in den Ausschreibungen 2010, 2013 immer wieder darauf gepocht und gesucht, Leute, die eben militärische Erfahrung haben, die aus dem polizeilichen Bereich kommen. Den Studiengang Sicherheitsmanagement kannte keiner. Ich war zu dem Zeitpunkt dann bei Secretas in Berlin gewesen, auch als Supervisor unterwegs. Und auch da war dann eben die Fragestellung, die ich mit dem damaligen und ich glaube immer noch heutigen Geschäftsführer diskutiert habe, was mache ich denn eigentlich mit dem Studium? Und das rechne ich dem Frank Selewski sehr, sehr hoch an, dass er da inzwischen seine Meinung auch geändert hat. Aber es war damals eben so, ja, sammle erstmal deine Erfahrungen und dann schauen wir mal weiter, wo wir dich unterbringen können. Aber auf der anderen Seite hatten wir damals auch schon auf der Kundenseite in Teilen eine wirkliche Professionalisierung der Branche gehabt. Mit der Fragestellung, naja, wen habe ich denn da eben letztendlich auf der anderen Seite, weshalb ich dann mein Masterstudium in Brandenburg gemacht habe und dann praktisch 2015 in die Unternehmenssicherheit gewechselt bin aus dem privaten Sicherheitsgewerbe heraus. Ich war der Security Manager für Zalando, hier im europäischen Security Management verantwortlich, also in der Achse von Alicante in Spanien bis in den Norden nach Helsinki über Dublin, Irland und auch andere Länder. Und das war extrem spannend, weil ich dort tatsächlich mal erfahren und lernen konnte, wie wird denn eigentlich Sicherheit in anderen Ländern produziert. Und das war auch so ein Aha-Erlebnis. Wir sind in Deutschland tatsächlich meckern viel und wir meckern, glaube ich, auch berechtigt darüber, dass wir immer noch über Einstiegsqualifikationen oder Basisschulungen sprechen, dass wir hier wenig verdienen, zumindest im operativen Bereich, dass das alles über Preise geht. Aber am Ende des Tages kann ich Ihnen sagen, andere Länder, und da müssen wir gar nicht mal irgendwie nach Irland, nach Spanien, nach Finnland gucken, sondern es reicht im deutschsprachigen Raum zu gucken, zum Beispiel nach Österreich oder in die Schweiz, die haben nicht mal eine Einstiegsqualifikation. Und das macht es an dieser Stelle tatsächlich unglaublich spannend, darüber zu diskutieren, diskutieren, wie Sicherheit eigentlich in Deutschland umgesetzt wird und ob wir hier nicht tatsächlich Vorreiter sein können. Ich habe mich dann auch parallel selbstständig gemacht, bis heute als Berater, als klassischer Sicherheitsberater. Das ist natürlich, umfasst natürlich die Tätigkeiten, die so ein Sicherheitsberater eben macht, technisch-organisatorische personelle Sicherheit, ich habe Kunden, die sich finden lassen im Bereich von klassischen Start-ups, die keine eigene Sicherheitsabteilung haben, kein eigenes Sicherheitsmanagement haben, die aber tatsächlich ein Produkt haben, ein Asset haben, was ihnen unglaublich wichtig ist, weil sie eine Idee haben oder eine Entwicklung haben, die ja einmalig ist, erstmalig ist und so natürlich nicht produziert werden soll. Ich habe aber auch hier tatsächlich einen Kunden in Berlin, der findet sich im multinationalen Ölkonzern mit seinem Hauptstandort hier in Berlin und die haben zwar eine eigene Sicherheitsabteilung, die haben aber so viele Themen, dass sie dann beispielsweise gesagt haben, für bestimmte Themen, worüber wir uns vielleicht mal im ersten Ansatz Gedanken machen müssen, zum Beispiel das Thema Workplace Violence, wie sichere ich mein Gebäude ab, aber eben auch so Pentesting, also von außen mal schauen, welche Schwachstellen habe ich denn eigentlich in meinen Sicherheitskonzepten, auch die holen sich Berater von außen an, aber das ist gar nicht so der Punkt, weshalb ich mit Ihnen heute hier spreche, hoffe ich zumindestens. Ich versuche auch auf der anderen Seite eben meine Gedanken, meine Ideen, die ich, so würde ich mich dann schon bezeichnen mit der entsprechenden Arroganz dahinter, als moderner Security Manager habe, auch eben entsprechend einzubringen an den unterschiedlichsten Stellen, sei es, wo es um die Professionalisierung der Sicherheitsbranche geht, im Podiumsdiskussion, oder aber das war eine Geschichte, die im Sommer jetzt, im Juli relativ leider nur kurz hochgekocht ist, aber dass ich beispielsweise den RBB hier in Berlin-Brandenburg dazu beraten habe, die hatten Hinweise bekommen zu organisierter Kriminalität in Flüchtlingsunterkünften, Lohnnachweise, Ausschreibungsunterlagen, und dort berate ich dann eben auch, aber eben nicht gegen Geld, sondern eben als Überzeugungstäter, dass wir die Branche verändern müssen, dass wir uns weiterentwickeln müssen, und dort habe ich die beiden Journalisten dahingehend beratet, wie das zu interpretieren ist, wie das zu bewerten ist, aber immer wieder auch hinsichtlich der Thematik den Bogen zur Sicherheitsbranche zu bilden. Also das heißt, wie interpretiere ich bestimmte Aspekte? Ich stelle immer wieder fest, egal mit wem man dazu spricht, dass wir eine bestimmte Vorstellung haben von der Sicherheitsbranche, von der Idee, wie die Sicherheitsbranche eigentlich funktionieren sollte, und wenn wir dann anfangen, über so Kleinigkeiten wie Einstiegsqualifikation zu sprechen, dass eigentlich jeder Sicherheitsmitarbeiter werden kann, wie dieses Strohmann-Prinzip funktioniert, obwohl wir eine Verschärfung von Paragraph 34a oder Ähnliches haben, das ist dann immer wieder so ein Aha-Erlebnis, aber da brauchen Sie halt jemanden, der Ihnen das erklären kann, und das versuche ich zumindest an der Stelle. Ich werde, und diese kleine Warnung möchte ich an dieser Stelle tatsächlich Ihnen auch schon mal vorneweg mitgeben, das, was Sie hier hören, sind natürlich meine Meinungen, meine Eindrücke, die ich habe, meine subjektiven Erlebnisse, die sind teilweise natürlich auch überspitzt, aber ich werde versuchen, so ein bisschen den Bogen da auch immer wieder zu schlagen zwischen der wirklichen Fremdwahrnehmung und der Eigenwahrnehmung, und nichtsdestotrotz, also auch wenn ich jetzt im Nachfolgenden Ihnen ganz viel Kritik äußere, Ihnen erzähle, wie schlecht alles läuft, ich kann mir, und das ist mir wichtig vorneweg auch nochmal zu betonen, keinen besseren Beruf vorstellen als den, den ich jetzt auslebe, den Sie in Teilen zumindest lernen, weil es macht einfach unglaublich viel Spaß, Konzepte zu entwickeln, es macht unglaublich viel Spaß, dieses Katz-und-Maus-Spiel zu betreiben, die Täter, die sich immer neue Angriffsstrategien einfallen lassen, die dann irgendwie wieder wieder hinterlegt werden müssen mit Gegenmaßnahmen, wo man dann versucht, auch mit Techniken gewissen Vorsprungen zu erlangen, also alles das macht mir unglaublich viel Spaß, und deshalb, auch wenn wir viele Schwächen haben, ist das für mich ein total wichtiger Beruf, und deshalb, ja, wir sollten mehr darüber diskutieren, wie wir die Branche verändern können, aber nichtsdestotrotz, wie man die Branche dann letztendlich, oder ob man die Branche eben letztendlich abschaffen sollte oder nicht, ich glaube, das steht außer Frage, aber da komme ich später nochmal dazu, dass es ja die ein oder andere Idee dort auch in einem Parteiprogramm gab. Was ich jetzt gerne machen würde, ich würde gerne Sie persönlich auch etwas näher kennenlernen, und da würden wir nämlich zu der ersten Umfrage an dieser Stelle auch kommen, und zwar muss ich mal eben kurz raus hier, genau, ich würde jetzt erst mal nur die Teilnehmer aus, muss ich mal kurz den Bildschirm anders teilen, würde ich tatsächlich nur die Teilnehmer aus dem Studiengang Sicherheitsmanagement jetzt einmal bitten, entweder über den QR-Code, den Sie hier eingeblendet sehen, oder über die Internetadresse und dort diesen PIN, oder diesen Code hier unten einzugeben, das einmal aufzurufen und für sich mal die Antwort, die am nächsten kommt, hier auszuwählen, um dann eben, dass wir mal schauen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz passen immer, aber dann sollte das uns ein kleines Bild geben. Ich bin tatsächlich sehr überrascht über diese Entscheidung hier, über diese 100 Prozent, freue mich aber gleichzeitig. Warum bin ich überrascht? Das hat auch so ein bisschen was, glaube ich, mit dem Wandel zu tun. Ich habe diese Frage tatsächlich auch als Einstiegsfrage genommen, weil ich kannte das auch aus meinem Studiengang noch 2010, also bis 2013, und in den unterschiedlichsten Kursen hatten wir jedes Mal das, was Sie wahrscheinlich genauso geliebt haben oder lieben, wie ich es liebe. Diese Fragestellung, na ja, warum haben Sie denn Sicherheitsmanagement studiert? Und ich kann Ihnen sagen, wir hätten hier eine komplett andere Verteilung an dieser Stelle gehabt. Bei uns wäre die Verteilung gewesen, ich schätze jetzt mal, aber dass vielleicht 20 Prozent sich für die Fragestellung entschieden hätten, die Sie jetzt hier ausgewählt haben, nämlich dass Sie sich explizit für den Studiengang entschieden haben. Wir hätten dann rund 50 Prozent gehabt, die von der Bundeswehr ins Studium direkt gegangen sind, mit den Übergangsfristen, wenn sie vorher Berufssoldaten waren. Und tatsächlich 30 Prozent, und daher kommen auch diese drei Antwortmöglichkeiten, die ich Ihnen hier ausgewählt habe, die gesagt haben, ja, na ja, bei der Polizei hat es nicht gereicht, aus den unterschiedlichen Gründen, Körpergröße, schlechte Augen, sportliche Aspekte, sodass das hier tatsächlich eine ganz andere Verteilung hat als hier. Freut mich auch, weil ich glaube, und das wäre tatsächlich so eine erste Interpretation an dieser Stelle, dass wir uns tatsächlich auch verändert haben an dieser Stelle. Ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, anhand meines Lebenslaufes. Das ist natürlich hier überhaupt nicht repräsentativ, und Sie werden sicherlich in Ihrem Studiengang auch Teilnehmer finden, die genau die anderen Antworten gewählt haben. Aber ich habe ja vorhin an meinem Lebenslauf gesagt, das Thema Sicherheitsmanagement oder Bachelor-Sicherheitsmanagement war bis 2013, 14, ab 15 meines Erachtens fing es langsam an, also aus meiner persönlichen Wahrnehmung, noch überhaupt nicht implementiert gewesen in der Sicherheitswirtschaft im Allgemeinen, sei es in der Unternehmenssicherheit oder sei es bei Sicherheitsdienstleistern. Diesen Trend, den wir jetzt haben, sowohl auf der Seite der Unternehmer, wir finden eigentlich kaum noch eine Ausschreibung, die explizit nur einen behördlichen Werdegang fordert, um in der Unternehmenssicherheit oder woanders zu arbeiten, sondern dass der Studiengang da tatsächlich auch integriert ist. Auch das, glaube ich, und das muss man auch anerkennen, würde ich auch unterschreiben, was der Herr Stoppelkamp letzte Woche gesagt hat, dass das nämlich ein, glaube ich, auch ein großer Erfolg des BDSW war, gar nicht so die eigene Wahrnehmung oder die Eigenveränderung, sondern diesen Studiengang auch tatsächlich bei den Unternehmen deutlich bekannter zu machen. Und offensichtlich auch bei Ihnen, denn Sie haben sich entschieden und haben das eben nicht als, ich nenne es mal Substitut gewählt, weil was anderes nicht funktioniert hat, sondern Sie haben sich tatsächlich für eine Karriere auch entschieden in der privaten Sicherheit. Mich würde tatsächlich dann mal als Gegenprobe in Anführungsstrichen bei den Polizeistudenten oder angehenden Polizisten auch interessieren, warum Sie sich im Umkehrschluss vielleicht für die Polizei, wenn das überhaupt als Option war, und nicht für die private Sicherheit entschieden haben. Und hier haben Sie tatsächlich jetzt die Möglichkeit, auch mehrere Antworten auszuwählen, um eben vielleicht auch die Bandbreite der Einflüsse hier mit einfließen zu lassen. Spannend an der Stelle tatsächlich, dass zumindest die eine Antwort, dass die Sicherheitsbranche ein schlechtes Image hat, das ist natürlich bei drei Antworten hier oder drei Teilnehmern tatsächlich etwas schwierig, auch das zu bewerten. Offensichtlich alle drei Teilnehmer haben sich gezielt für die Polizei entschieden, sonst hätten wir ja nicht die 100 Prozent. Aber eben auch die Beamtenstatus, also offensichtlich auch die berufliche Sicherheit spielt eine Rolle. Und ja, das Image, worauf wir auch gleich zu sprechen kommen, offensichtlich auch. Gut, dann würde ich hier jetzt mal zurückgehen. Dann danke ich Ihnen schon mal für die Teilnahme. Und ich komme mal dorthin, wo ich vorhin gesagt habe, was eigentlich heute so ein bisschen die Zielstellung auch sein soll. Ich möchte mit Ihnen tatsächlich gerne auch so ein bisschen über das Thema Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung reden. Und Sie können sich da tatsächlich auch außerhalb dieser Umfragen sehr gerne auch beteiligen. Ich habe das mal unterschrieben mit dem, tatsächlich mit dieser provokanten Formulierung Probleme zwischen Fantasie und Realität. Wir haben letzte Woche auch gemerkt, und das haben Sie vielleicht an diejenigen, die den Chat letzte Woche mitverfolgt haben, mitbekommen, dass meine Fragen ja in Richtung Herrn Stoppelkamp genau auch in diese Richtung abgezielt haben, zwischen, okay, was haben wir, wie präsentieren wir uns eigentlich und was tun wir am Ende des Tages. Und die Fragestellung, wie wir uns präsentieren, die finden wir eigentlich regelmäßig. Nämlich wir haben regelmäßige Bekenntnisse, sei es aus der Politik, aber eben letztendlich auch seitens des BDSW zur Bedeutung der Sicherheitsbranche, zur Bedeutung der privaten Sicherheitskräfte für die Gesellschaft, für die Pandemiebekämpfung jetzt ganz im Besonderen. Das sind dann halt so Erkenntnisse wie, dass die Innenministerkonferenz 2008, 2009 gesagt hat, ja, der private Sicherheitsdienstleister ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsarchitektur. Ohne private Sicherheitsdienstleister können wir nicht arbeiten. Das mag vielleicht auch in der Statistik sich widerspiegeln. Also wir haben ja in der Verteilung ungefähr deutschlandweit 270.000 Sicherheitskräfte, 260.000, 265.000, das schwankt natürlich sehr stark. Aber auf der anderen Seite eben in dem Verhältnis auch, je nach Quelle, um die 270.000 Polizeibeamte oder Polizeiangestellte. Also wir haben tatsächlich bei der Fragestellung, ich nenne es jetzt mal auch in Anführungsstrichen physische Sicherheit, also diejenigen, die wirklich aktiv für Sicherheit sorgen, und da grenze ich jetzt mal Polizeibehörden, Feuerwehrbehörden und Ordnungsämter und ähnliches aus, haben wir ein Pari-Pari-Verhältnis ungefähr. Und wir haben auf der anderen Seite auch immer wieder dieses Bekenntnis zur Sicherheitsbranche und wir haben das Bekenntnis auch durch Kooperationsvereinbarung. Sie kennen vielleicht und haben das auch vielleicht hier in dieser Runde, in diesem Seminar schon mal angesprochen. Es gibt in vielen Bundesländern Kooperationsvereinbarungen zwischen der Landespolizei und dem BDSW. Hier in Brandenburg, wo ich herkomme, explizit mit dem Ziel, dass die Polizei, die Landespolizei viele Reviere schließen musste oder tatsächlich im ländlichen Raum von Brandenburg, das ja ein bisschen so ein Euphemismus ist, aber ich sage mal außerhalb der großen Stadtzentren und Teilballungsräume tatsächlich Reviere nur noch spontan beziehungsweise mit einzelnen Beamten besetzt, sodass sich hier auch natürlich auch wieder ein Vakuum aufgemacht hat. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht viel erzählen. Die Grenze zu Osteuropa stellt natürlich ein gewisses Risiko dar, aber eben auch zu den Bundesländern und immer all da, wo ein Sicherheitsvakuum entsteht. Sorgt sich der Bürger auf der einen Seite um seine Sicherheit, das heißt auch die Zunahme von privaten Sicherheitsdienstleistungen, vor allem auch im ländlichen Raum, ist angestiegen hier in Brandenburg. Und auf der anderen Seite kann der Staat das nicht mehr organisieren. Deshalb eben auch diese Kooperationsvereinbarung der Polizei des Landes Brandenburg zusammen mit dem Landesverband des BDSW hier in Brandenburg maßgeblich an dieser Kooperationsvereinbarung gearbeitet hat, was letztendlich dazu im Ergebnis geführt hat, dass wir ein gemeinsames Lagezentrum in Anführungsstrichen haben, wo eben letztendlich private Sicherheitskräfte Beobachtungen melden können. Auch hier schon mal spitz formuliert, na ja, dafür brauche ich eigentlich doch kein Lagezentrum. Das müsste ich doch eigentlich erwarten können für jemanden oder von jemanden, der für Sicherheit produziert. Aber sei das mal in Klammern dazugesetzt mit gemeinsamen Fahndungen, Beobachtungen, Informationsaustausch, Lageraustauschen etc. Das wird immer so als neu verkauft, ist es aber tatsächlich gar nicht, weil eine der ersten Kooperationsvereinbarungen zwischen Bundesbehörden und einem privatwirtschaftlichen Unternehmen war die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bundesministerium des Innern und der Deutschen Bahn AG, die das mit der Bundespolizei schon seit jetzt einem Jahrzehnt tatsächlich in dieser Form praktizieren. Aber sei es drum. Man hat in den Kooperationsvereinbarungen auch reingeschrieben, dass man sehr, sehr starke Qualitätsstandards hat und wir werden nachher zu dem Ergebnis kommen oder zu der Fragestellung kommen, wie lehnen wir denn eigentlich diese Qualitätsstandards und kann man Qualitätsstandards überhaupt in dieser Art und Weise bei Mindestqualifikation sprechen. Aber im Endeffekt, und das ist eigentlich das ganz Spannende und das haben Sie vielleicht auch während der Corona-Phase auch beobachten können, die Bekenntnisse zur Sicherheit, die Bekenntnisse dafür, dass wir einen Sicherheitsdienstleister brauchen, entstehen immer dann, wenn man den Bedarf hat. Also der Bedarf an privaten Sicherheitskräften während der Pandemiezeit ist ja exorbitant gestiegen. Denken Sie daran an die Begrenzungen auch in Supermärkten oder im Einzelhandel. Denken Sie daran, dass wir jetzt 2G-Kontrollen haben, im Einzelhandel. Denken Sie daran, dass nicht Bundespolizei, Landespolizei und Ordnungsämter in dem öffentlichen Personennahverkehr 3G-Kontrollen durchführen, sondern das tun wir private Sicherheitsdienstleister. Also es ist immer wichtig, wenn wir diese Lücke füllen und wir finden immer vorneweg diese Bekenntnisse. Wenn wir uns aber anschauen, woher rekrutieren wir eigentlich, und da nehme ich jetzt mal Bezug auf die Innenministerkonferenz von 2009, was ja auch der Herr Stoppelkamp letzte Woche gesagt hat, naja, dann hat es erst mal bis 2020 gedauert, bis wir den Wechsel von BMWi zum Innenministerium hatten. Jetzt haben wir eine neue Regierung, jetzt haben wir eine neue Bundesinnenministerin, die erste weibliche Innenministerin in Deutschland. Die Grafiken sind kaum lesbar. Okay, ich versuche die gleich mal ein bisschen noch mal einzublenden, aber ich erkläre sie auf alle Fälle. Die Linke ist ein Platzhalter, aber sie kriegen die Präsentation nachher auch noch mal geschickt. Wir haben jetzt die erste weibliche Innenministerin, aber am Ende des Tages diese ganzen Bekenntnisse, woher kommen denn diese ganzen Personen, die wir brauchen? Und da müssen wir ganz ehrlich auch sagen, auch in einer Ehrlichkeit nach außen hin, die Leute, die heute für Sicherheit sorgen, sind Leute, die auf Basis von Bildungsgutscheinen, von Qualifikationen der eigenen Unternehmen, Einstiegsqualifikationen nach Paragraph 34a haben. Und die rechte Grafik, die Sie hier sehen, auf der rechten Seite in der Verteilung der Sicherheitsmitarbeiter in Deutschland, wir haben 200, hier wird mit 267.000 Sicherheitskräften oder davon wird ausgegangen, da sind wir bei knapp über 90 Prozent, die nur über eine Einstiegsqualifikation führen. Also hier steht sogar sehr deutlich formuliert, ohne berufsrechtliche Qualifikation, das heißt maximal die Unterrichtung oder die Sachkundeprüfung. Und erst wenn wir eine Stufe höher gehen, dann reden wir irgendwie von den 270.000, ich runde es jetzt mal knapp auf, dann haben wir nur 10.000, die über einen Berufsabschluss in der Sicherheit sprechen oder verfügen. Und dann reden wir noch gar nicht darüber, dass wir auch noch Quereinsteigerqualifikationen haben oder Meisterqualifikationen, die sich dann auf die Gesamtmitarbeiter im Promillebereich wiederfinden. und ich habe das sehr, sehr kritisch formuliert oder versucht zu formulieren und das klingt böser, als es tatsächlich am Ende gemeint ist, weil es ist am Ende des Tages auch tatsächlich etwas, was sich wiederfinden lässt in den Tarifverträgen. Wenn wir in den Tarifvertrag für das Land Berlin-Brandenburg von zwischen Verdi und dem BDSW schauen, dann werden Mitarbeiter, die über die Unterrichtung und über die Sachkundeprüfung verfügen, als Hilfskräfte bezeichnet. Und Hilfskräfte heißt ja nichts anderes und so kennen wir das aus anderen Berufen, die ja praktisch Fachkräften zuarbeiten beziehungsweise jetzt mal wirklich böse formuliert niedere Tätigkeiten an dieser Stelle ausführen. Und wir diejenigen, wenn Sie sich da nochmal an die Folie zurückerinnern, mit den Bekenntnissen, wie wichtig wir sind und wir schauen uns nachher die Forderung auch nochmal zur Systemrelevanz an, wir definieren unsere gesamte Branche heute sowie aber auch zukünftig, ich sage mal Basisqualifikation, daran will man ja festhalten, als Hilfskräfte. Und das kann es doch irgendwie nicht sein. Wenn wir auf der einen Seite sagen, wir sind unglaublich wichtig, auch im Pari-Pari-Verhältnis vielleicht zwischen Polizeibeamten, Schräg-Schräg Angestellten und Sicherheitsmitarbeiter, Rückzug der Polizei aus dem ländlichen Raum, Aufwachsen der Tätigkeiten privater Sicherheitskräfte für den Bürger, dass wir uns nur und ausschließlich für diese Bedeutung her aus Hilfsarbeitern mit Einstiegsqualifikationen definieren. Und diese Leute werden ja, diese Mitarbeiter werden ja vorneweg schon gefiltert. Wir sind sehr stark, ich bin mit meinem Unternehmen und meinen acht Dozenten, die ich habe, auch sehr stark in der Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung, für die unterschiedlichsten Bildungsakademien hier in Berlin-Brandenburg unterwegs. Und ich kann Ihnen sagen, das ist teilweise echt grauenhaft, was man dort hat. Und das überrascht mich überhaupt nicht, wenn wir hier 70 Prozent Durchfallquote haben bei der Sachkundeprüfung. Und das liegt nicht daran, dass die Sachkundeprüfung schwer ist, sondern mir sagte 2015 eine Sachbearbeiterin bei der Arbeitsagentur, als wir praktisch sehr eng mit denen zusammengearbeitet haben, um Personal zu rekrutieren, wir sind irgendwie am Bodensatz des Kaffees angekommen. Wir haben kein oder wenig Leute, die sich aktiv und eigenständig für eine operative Tätigkeit in der Bewachungsbranche interessieren. Es werden Leute hineingeschoben, und das muss man, glaube ich, auch so deutlich formulieren, die die Wahl haben, die am Arbeitsmarkt sind, die die Wahl haben, gehst du in den Pflegeberuf oder wirst du Security-Mitarbeiter? Weil kann ja jeder. Die werden darüber hinaus auch relativ schlecht bei den Bildungsakademien vorbereitet, weil das einfach wirklich eine Geldverdienmaschinerie ist. Ja, und daran beteilige ich mich letztendlich mit meinen Dozenten auch. Das muss man so fairerweise auch sagen. Und die sprachlichen Voraussetzungen, die wir hier haben, nämlich zum Beispiel das Sprachniveau B2 für die Sachkunde prüfen, die wird an keiner Stelle geprüft. Warum? Weil in Deutschland, glaube ich, an dieser Stelle was unglaublich schiefläuft. Die Arbeitsagenturen sind verpflichtet, nach ihren Statistiken zu zählen und zu ticken. Die schieben das an die Bildungsakademien, an private Bildungsakademien, die natürlich mit dem Bildungsgutschein Geld verdienen. Wir haben keinerlei Anforderungen und so wie ich das Eckpunktepapier des BDSW verstanden habe, auch zukünftig keinerlei Anforderungen an Dozenten, an einer Mindestqualifikation. Das heißt, heute kann jemand, der noch nicht mal selber die Sachkundeprüfung hat, Menschen unterrichten, die praktisch auf die Sachkundeprüfung sich vorbereiten müssen. Und ich kann Ihnen sagen, auch aus eigener Erfahrung, die Margen und die Verdienstmöglichkeiten, die Sie dort drin haben, die sind exorbitant groß, weil der Markt, die Nachforderungen an Personal ist ja da. Die Bildungsakademien schießen nur so aus dem Boden und es gibt nicht so viele Dozenten, wie es sein müsste. Also der Markt bestimmt den Preis. Sie können sich damit eine goldene Nase verdienen und so ein paar Präsentationsfolien vorlesen, ohne operative Erfahrung zu haben. Das schafft jeder Dozent. Also wir haben hier auch wieder eine Regulierungslücke. Die Bildungsakademien sagen ja, am Ende des Tages können wir es nur so gut wie möglich machen und schicken die zur IHK. Und die IHK, das muss man auch so deutlich sagen, die IHK verdient nicht an einer Prüfung. Wenn jemand dadurch rutscht durch eine IHK-Prüfung oder die beim Ehrenhieb besteht, dann habe ich einmal die Prüfungsgebühr einbeziehen können. Und da wird auch nicht geprüft, nach welchem Sprachniveau der Mitarbeiter überhaupt oder der zukünftige Mitarbeiter die Voraussetzung erfüllt, sondern dadurch, dass das einfach ein Wirtschaftssystem ist, verdient die IHK doppelt und dreifach an jeder nicht bestandenen Prüfung. Was passiert, wenn der Teilnehmer der Sachkunde Vorbereitung nicht an der, die Prüfung nicht besteht, dann wird er wieder zurück zur Akademie geschickt. Die Akademie holt sich eine Verlängerung des Bildungsgutscheins beim Jobcenter. Das Jobcenter ist froh, diese Verlängerung ausstellen zu können, weil dann fällt der Mitarbeiter wieder aus der Statistik raus. Die Akademie hat wieder die Möglichkeit, noch mal ein paar Wochen mehr damit zu verdienen, schickt ihn wieder zur IHK. Und ich habe Teilnehmer gehabt, die haben das zwei- oder dreimal durchlebt. Genau dieses Verfahren, bis sie dann irgendwann selber gesagt haben, das ist nichts für mich oder mit Ach und Krach bestanden haben. Und das sind am Ende des Tages diejenigen, die dann von der Innenministerkonferenz als Säule der inneren Sicherheit bezeichnet werden, finde ich tatsächlich relativ schwierig. Und in den Aussagen, die wir letzte Woche von dem Herrn Stoppelkamp gehört haben und den ganzen Bestrebungen, die wir aus dem Eckpunktepapier kennen oder eben auch aus solchen Pressemitteilungen, wie Sie hier auf der linken Seite lesen, das habe ich, die müssen Sie gar nicht in der Teil lesen, ist aber die Zielstellung da, die Zusammenarbeit zwischen Bundesagentur für Arbeit und dem BDSW zu vergrößern. Und jetzt können wir, und das überlasse ich aber an dieser Stelle tatsächlich ihrer Fantasie, nochmal einen Schritt weiter gehen und überlegen, was könnte denn daraus passieren, wenn wir nicht mehr diesen staatlichen Regulator mit der IHK an dieser Stelle haben, sondern wenn wir dieses ganze Prinzip inklusive der Personalbedarfe, der Ressourcenbedarfe, die ein Sicherheitsdienstleister hat, auch noch zumindest einer Basisqualifikation oder Unterrichtung heute in die Hände von, weg von der IHK legen, hin zu den Sicherheitsdienstleistern. Meine These, das tut der Qualifikation an dieser Stelle nicht gut, weil dann gibt es nicht mehr den staatlichen Regulator, der sich irgendwann auch daran messen lassen muss, wie eben am Ende des Tages die Unterrichtung oder die Bildung von Sicherheitskräften erfolgt, sondern dann geht es nur darum, den Mitarbeiter, den ich brauche, für eine offene Stelle, die ich heute habe, so schnell wie möglich durch die Verfahren durchzubringen. Und ich glaube, dann wird weniger auf die Qualifikation gesetzt oder Wert gelegt. Und ich komme nochmal zurück, auch wieder, ich will Ihnen immer wieder hier heute und so Gegenstellungen gegenüberbringen zwischen das, was nach außen kommuniziert wird und was in der Realität dann am Ende wieder passiert. Ich habe Ihnen ja vorhin von der Kooperationsvereinbarung zwischen der Landesgruppe des BDSW Brandenburg und der Polizei gesprochen. Und da gab es ein Zitat aus November 2018, wo der Vorsitzende, der damalige Vorsitzende der Landesgruppe sagte, ja, und diese Voraussetzungen, die dort angestrebt werden, Seriosität, fachliche Qualifikationen, angemessene Ressourcen, Zuverlässigkeitsüberprüfung etc., die sind bei diesen Mitgliedsunternehmen, die heute die Kooperationsvereinbarung haben, in einem besonderen Maße gegeben. Und das macht dem BDSW wie kein anderes Unternehmen aus. Und vielleicht haben Sie es verfolgt aus der Presse heraus und das ist tatsächlich nur wenige Monate her, im August 2021, gab es auf Basis von Recherchen, nämlich des erstes RBBs, der Tagesspiegel war ein bisschen schneller gewesen an der Stelle, tatsächlich den Hinweis, der aber nicht vom BDSW kam, nicht über die Überprüfungsmechanismen von Verfassungsschutz und Landespolizei gekommen ist, sondern von außen über einem linken Kollektiv gesammelt wurde, nämlich zu dem Sicherheitsunternehmen German Security aus Falkensee, witziger Funfact am Rande, die bewachen heute den Breitscheidplatz, den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, dass dieses Unternehmen sehr enge Kontakte zur rechten Szene in Brandenburg hat. Und auch hier wieder, einerseits die Formulierung, besondere Voraussetzungen, regelmäßige Überprüfung, hohes Maß an Zuverlässigkeit und gleichzeitig dulde ich, und dieses Unternehmen ist bis heute weiterhin Mitglied im BDSW, Unternehmen mit solchen Kontakten zu solchen Szenen, das übrigens auch heute noch weiterhin auf seiner Homepage mit dieser Kooperationsvereinbarung wirbt, also sich ein Wettbevorabs-Vorteil gegenüber anderen Unternehmen verschafft. Und da muss man sich an dieser Stelle wieder fragen, ähnlich wie in der Gegenüberstellung von wir sind wichtig für die innere Sicherheit, mit wo kommen denn eigentlich die Personen her, die wir für die innere Sicherheit haben, mit, dass wir in die Kooperation eingreifen, dass wir Private-Public-Partnership vielleicht auch wirklich leben wollen, aber gleichzeitig uns vielleicht an dieser Stelle auch als Bundesverband, als Arbeitgeberverband, wenig Gedanken darüber machen und wenig bis gar nicht reagieren darauf, wie diese Unternehmen oder welche Unternehmen ich eigentlich in meinem Mitgliederkreis habe. Und besonders spannend war die Fragestellung, die wir erlebt haben während der pandemischen Krise. Wir haben ja vorneweg, und das haben Sie vielleicht, wenn Sie sich mit der Branche jetzt sehr ausführlich schon mal beschäftigt haben, dann haben wir vorneweg ja auch immer wieder die Fragestellung gehabt, Welche Probleme hat die Branche? Sie haben in der Einführungsveranstaltung zur Geschichte der Sicherheitsbranche, sagte mir Herr Flörsheimer, darüber gesprochen, wo kommen wir eigentlich her? Wie alt ist unsere Branche eigentlich? Was ist der Bezug zur Gewerbeordnung? Welche Probleme hatten wir? 1800 schieß mich tot, 1900 schieß mich tot. Und an diesem Problem hat sich ja eigentlich bis heute tatsächlich nicht viel geändert. Wir reden heute immer noch über schwarze Schafe. Wir reden heute immer noch über Mitgliedsunternehmen, die hineindrängen, weil sie relativ schnell der Meinung sind, sie können hier schnelles Geld verdienen. Was sich verändert hat, ist, dass wir jetzt einen Arbeitgeberverband haben, wo man der Meinung sein müsste, dass dieser Arbeitgeberverband seine Mitgliedsunternehmen schützen müsste. Und deshalb war es besonders interessant gewesen, als am 1. April 2020, und das war praktisch die Phase, wo wir in den ersten Lockdown hineingegangen sind, wo wir praktisch die Zugangsbeschränkungen an Supermärkten hatten, wo es nicht darum ging, oder anders formuliert, der BDSB veröffentlichte ein Rechtsgutachten, das dann aber auch relativ schnell wieder zurückgenommen wurde, zu der Tätigkeit von Mitarbeitern vor Supermärkten. Mit dem Ergebnis, dass praktisch Personen darauf zu kontrollieren, ob sie die Maske richtig tragen, dass sie in der Warteschlange vor Supermärkten den Abstand einhalten und praktisch die Kontaktbeschränkungen einhalten, dass das keine Tätigkeit der Sicherheitsbranche ist. Also keine Tätigkeit nach § 34a Gewerbeordnung, wofür man mindestens eine Sachkundeprüfung benötigte. Warum hat man das gemacht? Das zeigt sich auch ein bisschen in den Folgemaßnahmen, die danach passierten. Naja, man hatte ein riesiges Problem gehabt. Wir haben vorher schon 13.000 bis 16.000 offene Stellen gehabt in der Branche. Und gleichzeitig kamen jetzt zwar mit dem Wegfall der vielleicht oder der androhenden Wegfall, das hatten wir ja im April ja noch nicht gehabt, so in diesem dramatischen Maße von Veranstaltungen. Aber man hatte plötzlich das Problem, dass wir noch mehr Personal brauchten, als tatsächlich personal, qualifiziertes Personal, zur Verfügung stand. Und das ist natürlich ganz interessant an dieser Stelle, dann zu sagen, naja, liebe Mitgliedsunternehmen, stellt jeden an, der irgendwie laufen und stehen kann. Und Hauptsache, ihr könnt diese Aufträge bedienen. Und was man an dieser Stelle nicht berücksichtigt hat, dass man genau, und diese Prozesse ziehen sich ja bis heute weiter hin, dass man genau diese Diskussion sechs Jahre zuvor hatte oder sieben Jahre zuvor hatte, nämlich mit der Migrationskrise und dem Aufploppen von oder dem unkontrollierten Emporkommen von Asylbewerberheimen, Erstaufnahmestellen, Betreiberlösungen oder Ähnliches, wo wir genau dieselbe Situation hatten. Es wurde kurzfristig Personal gebraucht. Es wurde relativ schnell und kurzfristig Personal, musste akquiriert werden. Und was nicht vorhanden war. Und man dort auch schon Sicherheitsunternehmen oder Unternehmen auf dem Markt vordrang, die heute nicht mehr existieren und von denen man heute nur noch vielleicht aus irgendwelchen Gerichtsverfahren hört. Also ein unkontrollierter Wildwuchs, wo man sich natürlich die Frage stellt, warum schützt ein Arbeitgeberverband nicht seine eigenen Mitgliedsunternehmen? Dahingehend, dass es hier nochmal explizit darauf betont wird, auch hinter der Fragestellung, naja, Professionalisierung der Branche, Arbeiten auf Augenhöhe mit Behörden. Wir haben ja hier eine Verwaltungsvorschrift gehabt, die diese Zugangsbeschränkung ja gefordert hat. Schutz von Leib und Leben, was man eben ableiten kann aus der Pandemie heraus und den Gesundheitsrisiken, die dort kommen, sondern man öffnet die Branche für eine Tätigkeit für jedermann. Weil mit diesem Schreiben kann ich auch als Handwerksunternehmen, was mir heute oder bei dem mir heute praktisch meine Aufträge wegfallen, morgen eine Kontrolle am Supermarkt machen. Und die große Fragestellung, und deshalb ist es relativ schnell wieder zurückgezogen worden, ohne Maske kein Zutritt, ist das nicht eigentlich Hausrechtsausübung? Und die Rechtsmeinung war nachher, ja, das ist Hausrechtsübung, weil ein Verwaltungsrecht hat ja keine Drittwirkung auf den Bürger, sondern wenn in der Corona-Verordnung im April 2020 drin stand, der Supermarktbetreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Kunden nur mit Maske den Laden betreten und nur so und so viel in Abhängigkeit des Quadratmeteranzahls im Laden drin sind, dann ist das schön, dass das für einen Supermarktbetreiber gilt. Wenn der es aber umsetzen möchte, dann muss er das übers Hausrecht machen und wenn ich im Hausrecht drinstehen habe, hier kommt nur jeder mit einer Maske oder mit einem pinken Hut oder sonst irgendwas in meinen Laden rein und ich da einen Sicherheitsmitarbeiter habe, der vorne selektiert, dann ist das eine ganz klassische Paragraf 34a-Tätigkeit, die an dieser Stelle plötzlich, und das ist nicht nur das erste Beispiel, worüber ich mit Ihnen heute nochmal sprechen möchte, wo dann das alles, was vorne, wir arbeiten auf Augenhöhe mit den Behörden, Private-Public-Partnership, wir sind professionell, wir entwickeln die Sicherheitsbranche weiter, von heute auf morgen plötzlich keine Rolle mehr spielte. Und das passt jetzt ganz gut zu dem Beispiel, was ich vorhin sagte, wer bestimmt denn eigentlich die Politik im BDSW? Und das war so ein bisschen das, was ich auch letzte Woche den Herrn Stoppelkamp gefragt hatte, weil mit, und das war von der zeitlichen Abfolge relativ spannend gewesen, mit dem Rückzug dieses Gutachtens und mit der öffentlichen auch Darstellung, ja, das ist doch 34a-Tätigkeit, kam nämlich gleichzeitig ein Brandbrief der Secure-Task-Holding an die Bundeskanzlerin, sowie an alle Landesregierungen und Ministerpräsidenten, die dann forderte aber wiederum, die Unterrichtung und die Sachkundeprüfung auszusetzen, und zwar gleichzeitig auch mit der Zuverlässigkeitsüberprüfung, um eben jetzt auf Augenhöhe für Sicherheit in Deutschland zu sorgen. Da kann man, keine Frage, das hat ja der Herr Stoppelkamp letzte Woche auch gesagt, da kann man sämtliche Gründe, die es dafür gab, nachvollziehen und auch verstehen. Aber wenn man diesen Brandbrief nochmal anders formuliert, und den finden Sie in den Quellen, wenn Sie die Präsentation gucken, da finden Sie das PDF-Dokument, das können Sie sich dann auch nochmal selber durchlesen, heißt das eine wichtige oder drei wichtige Punkte in der Übersetzung. Für das sowieso schon wenig regulierte Sicherheitsgewerbe hätte es weiter nicht mal Minimalanforderungen gegeben. Wir hätten keine Zuverlässigkeitsüberprüfung des Personals gehabt. Und ich denke mal, das wird der Herr Flörsheimer mit Ihnen besprochen haben, warum wir so einen, ich nenne es mal, leichten Anstieg der Zuverlässigkeitsüberprüfung haben und warum wir das Bewacherregister haben, weil wir eben Menschen mit Gesinnungen in diesem Gewerbe haben, und da rede ich nicht nur über Rechtsextremismus, sondern auch über islamistische Gefährder, die tatsächlich unentdeckt Zugang in der Sicherheitsbranche haben zu Flughäfen, zu Flüchtlingsheimen, zu Bundesministerien oder Ähnliches. Also selbst das wollte man abschaffen. Mit der ganz klaren Formulierung, also jeder, der kreucht und fleucht, den setzen wir jetzt ein und den können wir jetzt für Sicherheitstätigkeiten einsetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht nur inhaltlich und auch mit der Fragestellung hinsichtlich des Image brandgefährlich, sondern das finde ich auch mit der Botschaft brandgefährlich, nämlich, wenn wir auch darüber sprechen, dass wir über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, darüber gesprochen haben, dass wir systemrelevant sind. Wir haben uns etwas eingebildet darauf, seit 2008, 2009, seit der Innenministerkonferenz, dass wir endlich bei den, und ich formuliere es jetzt nochmal böse, bei den Großen mitspielen dürfen, nämlich bei den Playern, die wirklich für öffentliche Sicherheit in Deutschland mitspielen können. Und dann ist unsere allererste Forderung als Branche, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo wir wirklich gebraucht werden, wo wir wirklich der Gesellschaft einen Mehrwert leisten können, indem wir in der Pandemie die Ausbreitung verhindern, indem wir Kontrollen durchführen, indem wir Personen auf Fehlverhalten hinweisen, indem wir im privaten Bereich unterwegs sind, indem wir auch immer mehr in den öffentlichen Raum vordringen. Unsere allererste Forderung ist, ja, aber eigentlich das, was wir machen, das kann doch jeder machen in Deutschland. Also dafür brauchen wir ja nicht mal eine Minimalqualifikation. Und diese Botschaft, die dort gesendet wird, die finde ich einfach auch hinsichtlich dieser ganzen anderen Fragen, die dort hinterstehen, dass es kurzfristige ökonomische Aspekte gibt, dass es schnelle Geldverdienen gibt, die Angst vor Umsatzverlusten, praktische Probleme, finde ich total fatal. Da muss ich vielleicht auch mal als Verband einen Schritt zurückgehen und sagen, ich habe jetzt seit Jahrzehnten diese Stellung gefordert und die habe ich jetzt. Jetzt kann ich mich beweisen, wirklich Hand in Hand mit Gesundheitsministerium, Gesundheitsämtern, mit der Politik, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und meine allererste Forderung ist an dieser Stelle wirklich zu sagen, ja gut, aber im Grunde kann unseren Job eigentlich jeder machen, weil das ist die Übersetzung dafür. Es braucht nicht mal eine Einstiegsqualifikation, sondern im Grunde muss ich da nur jemanden hinstellen, dem sage ich, pass mal auf, der kommt rein, der kommt nicht rein und damit ist das Problem behoben. Und diese Botschaft ist meines Erachtens auch sehr deutlich bei den Behörden angekommen. nicht nur aus der Vergangenheit heraus betrachtet, nämlich zu sagen, naja, ist die Sicherheitsbranche systemrelevant, ja oder nein? Das war ja eine Diskussion, Sie erinnern sich vielleicht während der Pandemie, dass es ja nur für systemrelevante Einrichtungen praktisch diese Ausnahmen gegeben hat von der Ausgangssperre, von den Fortbewegungen, den Bewegungsfreiheiten etc. und da hat man praktisch den Bogen wieder auf der anderen Seite gesehen, nämlich, dass die Sicherheitsbranche gleich gesagt hat, wir wollen auch systemrelevant sein und in diesem gleichen Brandbrief, und das ist ja eigentlich das Irrsinnige an dieser Stelle, im gleichen Brandbrief, wo gesagt wird, und ich formuliere es wirklich so hart, eigentlich kann unseren Job jeder machen, wird gleichzeitig aber die Forderung nach der Systemrelevanz aufgestellt, nämlich, dass wir mit Engagement und Qualität systemrelevante Einrichtungen betreiben und die Behörden haben in Teilen, in Berlin ist es so passiert, dass es mit der Gießkanne ausgeschüttet worden, Berlin hat gesagt, jo, ihr seid systemrelevant, in anderen Bundesländern war das nicht so gewesen, weil man die Behörden gesagt haben, naja, welchen Beitrag leistet ihr? Mal davon abgesehen, dass diese Frage der Systemrelevanz gar keine praktische Frage an dieser Stelle hatte, weil die Unternehmen, die wirklich als systemrelevant eingestuft wurden, haben, wenn sie clever waren, beziehungsweise, wenn das Sicherheitsunternehmen das mit seinem Kunden besprochen hat, gleich die Systemrelevanz, sie mussten ja die Personen und Berufsgruppen genannt werden, auch gleich den eigenen Sicherheitsdienst mitgemeldet. Und damit war das überhaupt gar kein praktisches Problem, man wollte sich aber neben, mal wieder, auch als BDSW, ein Siegel verpassen, dass man sagen konnte, dass wir eine wichtige Bedeutung haben und gleichzeitig eben diese anderen Forderungen. Und Sie sehen, ich bin tatsächlich auch persönlich relativ enttäuscht an dieser Stelle, weil wir hätten uns da wirklich beweisen können und statt dem, dass wir uns als Branche hier hätten beweisen können, haben wir uns tatsächlich an dieser Stelle eher auch in Selbstmitleid gesuhlt. Und ich habe Ihnen hier mal drei Statistiken, drei Zitate rausgesucht. Nämlich gleich im April, Mitte April hieß es auch, die Corona-Krise trifft die deutsche Sicherheitswirtschaft hart. Sie ist eine der Branchen, für die gegenwärtige Entwicklung und eine besonders einschneidende und schmerzliche Veränderung ihrer Leistungsmöglichkeiten bedeutet. Aussage des BDSWs. Während man gleichzeitig sagt, im Moment mal, wir sind systemrelevant, wir sind wichtig, wir haben zu wenig Personal. Okay. Was ich aber viel verwerflicher an dieser Stelle fand, ist, dass wir wirklich Branchen hatten, die haben 50, 60, 70 Prozent Umsatzverluste gehabt. Denken Sie da zum Beispiel an den Tourismus. Denken Sie an kleine Unternehmen, Einzelunternehmen, mittelständische Unternehmen, die wirklich schließen mussten. Diejenigen, die vielleicht als Einzelunternehmen eine kleine Boutique hatten und nicht mehr offenen durften und ihre Mietin deshalb nicht mehr zahlen konnten. Denken Sie an Branchen, die überhaupt gar keine Rolle während der Pandemie spielten, weil sie a. geschlossen haben mussten oder b. es sowas wie Amazon oder sonst irgendwas gab, die praktisch den Umsatz geklaut haben. Das ist natürlich alles Politik, das muss man auch dazu sagen, weil wir sind natürlich mit der Corona-Pandemie auch in die Tarifverhandlungen gestiegen. Und wenn der BDSW eins nicht will, und das fand ich, das haben Sie heute früh, also heute früh, sage ich schon, so lange reden wir noch gar nicht miteinander, aber das haben Sie vorhin schön herausgearbeitet. Das hat ja der Herr Stoppelkamp letzte Woche auch gesagt. Wenn der BDSW eins nicht will, ist, dass Verdi eine zu große Machtstellung bekommt und die Verdienstmöglichkeiten für den Mitarbeiter steigen. Und auch das Thema Entlassungen, kurzfristige Entlassungen, passte als drittes Zitat auch nicht so wirklich. Und vor allem passt das alles nicht, wenn man, das kennen Sie vielleicht, die sogenannte Lühnendonk-Liste, das ist eine Erhebung, die jetzt erstmalig wieder seit, glaube ich, zwei oder drei Jahren erfolgte für das private Sicherheitsgewerbe, wo man sieht, dass die Umsatzsteigerung über den Großteil der Unternehmen um vier Prozent, durchschnittlich vier Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Und dass es nur in ganz, ganz bestimmten Bereichen, zum Beispiel der Veranstaltungsbranche, hier Umsatzeinbußen gab. Kleiner Funfact am Rande, Sie haben vielleicht auf der Folie, wo ich über meine Tätigkeit gesprochen habe, gesehen, dass es um eine Podiumsdiskussion ging, dieses Jahr über Professionalisierung der Sicherheitsbranche. Tazas, einer der größten sächsischen Sicherheitsdienstleister, mit auf der Bühne und hat erzählt, wie traurig und wie schlimm sie Personalsituation ist. Blöd nur, dass er 2020 alle seine Mitarbeiter, die er im Veranstaltungsdienst hatte, für einen bestimmten Kunden, das waren in der Anzahl 650 Mitarbeiter, entlassen hatte, weil er gesagt hat, Fußballspiele gibt es sowieso nicht. Also, was uns auch als Branche, glaube ich, fehlt, und da hoffe ich immer mehr und immer stärker auf auch die jüngere und nachstrebende Generation, dass wir mal einen langfristigen Blick haben. Einen langfristigen Blick darauf, wie sich Entscheidungen, die ich als Branche heute treffe, auch in der Zukunft auswirken können, nämlich dahingehend, dass, wenn ich sage, heute entlasse ich alle meine Mitarbeiter, die ich für einen bestimmten Kunden habe, dann mag mir das heute wirtschaftlich retten oder mich heute wirtschaftlich retten. Wenn ich aber dann nächstes Jahr wieder Fußballspiele betreuen soll und keine Mitarbeiter mehr habe, dann ist das problematisch, dann muss ich mir Gedanken darüber machen und zwar bitte nicht in der Situation, wo ich die Mitarbeiter wieder brauche, sondern muss ich mir Gedanken darüber machen im Vorfeld, wie ich das in Verbindung kriege. Und ich sage Ihnen, daran können Sie mich gerne messen und da freue ich mich, wenn wir aus dieser Pandemie raus sind über Ihr Feedback, wenn Sie da nochmal Kontakt auf mich nehmen. Ich glaube, wir werden so richtig, richtig fett nach der Pandemie auf die Nase fallen. Das sehen wir momentan in Großbritannien. In Großbritannien fehlen heute 20 Prozent der Sicherheitskräfte gegenüber der Vor-Corona-Zeit. Ja, wir haben auch Brexit, da gibt es aber Studien der SIA, das ist deren Aufsichtsbehörde in Großbritannien, mal so kurz gefasst, die sagen, naja, Brexit spielte zwar eine Rolle, aber die viel, viel größere Rolle spielte die Corona-Branche, die Corona-Pandemie für die Branche. Warum? Weil dort die Dienstleister dasselbe gemacht haben, wie wir, das wir in Deutschland getan haben, nämlich die Corona-Pandemie begann, die Clubs, Restaurants, Diskotheken, Pubs haben dichtgemacht, man hat alle Mitarbeiter entlassen, die Mitarbeiter standen auf der Straße, die Mitarbeiter mussten sich einen neuen Job suchen und haben festgestellt, warte mal, so Jobs in der Logistik, im Supermarkt, die sind ja Pandemie beständig, die brauchen, es gibt auch andere Jobs, in denen ich vielleicht sogar einen Ticken mehr verdiene, wo ich mich aber darauf verlassen kann, dass ich nicht mit, entschuldigen Sie die Deutlichkeit, aber mit einem Arschtritt vor die Tür gesetzt würde, wenn es dem Unternehmer gerade passt, sondern da habe ich einen sicheren Arbeitsplatz und dort finde ich auch und wir wissen ja nicht, ob es eine fünfte, eine sechste, eine siebte Welle gibt, wann das alles hier mal endet, sondern da weiß ich, heute mein Job ist in einem Jahr, in zwei Jahren sicher und ich muss nicht wieder und die Branche in Großbritannien wunderte sich, warum die denn alle nicht wieder zurückgekommen sind, ja, wenn ich einen Mitarbeiter in dieser Form behandle, dann muss ich mich nicht darüber wundern, dass der Mitarbeiter nicht wieder zurückkommt und wir freuen uns gerade, auch der BDSW und das soll hier kein BDSW-Bashing sein, aber von denen hört man halt die meisten Pressemitteilungen, der BDSW freut sich gerade extrem darüber, dass sich die Personalsituation in der Sicherheitsbranche entspannt, aber wie sieht das der nächstes Jahr aus, wie sieht das in zwei Jahren aus, wo kriegen wir die Leute her, die wir im nächsten Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, wenn alle Festivals wieder öffnen, wenn der Alltag in unserem Leben wieder eingezogen ist, wann kriegen wir denn diese Leute wieder her und woher denn überhaupt? Die Leute sind nicht zum Jobcenter gegangen und haben gesagt, ich melde mich jetzt mal arbeitslos, warte darauf zwei Jahre, dass der Arbeitgeber wieder auf mich zukommt, sondern die Leute haben gesagt, ich muss jetzt meine Familie ernähren und ich muss jetzt irgendwo anders einen Job finden und ich glaube, unabhängig von der Personalsituation und das ist tatsächlich der letzte Aspekt und dann würde ich auch eine kurze Pause machen wollen, wenn es nicht bis zu diesem Zeitpunkt schon Fragen gibt, was die Unternehmen selber da an dieser Stelle vergessen, sie tun sich selbst keinen Gefallen. Für diejenigen, die sich so ein bisschen auch schon jetzt mit Stellenausschreibungen und Stellengesuchen beschäftigt haben, die sehen, dass Sicherheitsdienstleister heute und vor Corona-Pandemie sich eigentlich gegenseitig kannibalisieren. Das fängt an mit Abwerbungsprämien, die, als ich angefangen habe, da konnte man mal froh sein, 500 Euro zu bekommen. Wir reden heute über Abwerbungsprämien, die irgendwo ab 1000 Euro anfangen. Ich habe Prämien gelesen, die sind bei 1500 Euro für Wechsel, nur für den Wechsel. Als ich angefangen habe, musste man für 500 Euro, musste man für 500 Euro mindestens auch noch sechs Monate beim Unternehmen sein. Auch das ist heute weggefallen. Kötter beispielsweise hat letztes oder vorletztes Jahr damit geworben, dass sie einen Führerschein der freien Wahl finanzieren, wenn man bei ihnen anfängt. Und wenn sich die Personalsituation reduziert, dann wird diese Gesuche, weil die Kunden reduzieren sich ja gar nicht, dann werden die Gesuche mehr. Und ich glaube, das wird uns nach der Corona-Pandemie ganz böse nochmal auf die Nase fallen. Das ist für die Mitarbeiter gut und ich freue mich für die Mitarbeiter, weil wir sind nun mal im Niedriglohnsektor und wenn ich zweimal im Jahr das Sicherheitsunternehmen wechsle, dann kann ich mir doch, glaube ich, einen sehr vernünftigen Jahresdurchschnittslohn dadurch generieren. Wenn ich, weiß ich nicht, zweimal 1500 Euro bekomme, dann habe ich vielleicht zweimal oder da habe ich ein 13. und 14. Jahr im Monatsgehalt mir irgendwie erwirtschaftet, dann hole ich mir noch irgendwelche anderen Prämien. Aber am Ende des Tages tut das der Branche und vor allem der Stabilität auch seitens des Kunden nicht gut. Der Herr Flörsheimer fragt, wenn die Pandemie beziehungsweise das Risiko mit Covid weitergeht, eröffnet das nicht neue Möglichkeiten für die Branche? Würde ich mit ganz klaren Nein antworten. Warum? Weil die Sicherheitsbranche verpasst hat. Die Sicherheitsbranche, auch wenn sie immer wieder sagt, sie sind, wir sind, wir machen Technologien und auch die großen Unternehmen bieten sowas wie integrierte Sicherheitslösungen an, wo Kameratechnik verbunden wird mit Einbruchtechnik und Personal vor Ort oder was auch immer, haben wir, glaube ich, komplett verpasst. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Eines der größten Personenzählanlagen für den Einzelhandel ist ein Start-up aus Leipzig. Da hat sich ein Start-up gegründet, weil es gesehen hat, ich habe dort einen Bedarf an dieser Stelle, nämlich die Unternehmen und das muss man ganz klar sagen, der Einzelhandel hat all diese Maßnahmen, diese personellen Maßnahmen, konnte er nicht vorher budgetieren und es ist auch im Budget nicht drin. Also der Einzelhandel, ich habe bei Zalando auch ein bisschen Einzelhandel gemacht, der ein oder andere wird den, die Outlet-Stores kennen, die hier in Berlin, in Köln, in Frankfurt, waren jetzt auch in Hamburg und an weiteren Standorten, der Einzelhandel hat kein Budget oder ein sehr, sehr geringes Budget für Sicherheit und der Einzelhandel hat auf personelle Lösungen zu Anfang gesetzt, nämlich den Sicherheitsmitarbeiter, der vorne war, der aber hat relativ schnell gar keine Sicherheitsaufgaben mehr gemacht, sondern hat irgendwie Einkaufswagen desinfiziert und Einkaufswagen angereicht oder darauf geachtet, dass, ja, auf andere Sachen, die eher aus dem Hygienekonzept kommen, aber was die Sicherheitsbranche nicht gemacht hat und dann total überrascht war, auf Substitute zu achten. Also, man ist letztes Jahr davon ausgegangen, dass diese Personalsituation weiter ansteigt und da haben sich natürlich andere technische Startups sich in den Markt gedrennt und diese ganzen Personenzählanlagen, die kennen Sie vielleicht vom Mediamarkt oder Saturn. Warum biete ich das nicht als Sicherheitsdienstleister an? In Teilen ist das vielleicht ein bisschen was passiert. Ich weiß, ein großer Dienstleister hat irgendwie dann auch so eine Kombination aus Fiebermessung und Desinfektion angeboten, aber finden Sie, haben Sie die hier irgendwo im praktischen Einsatz heute gesehen? In Deutschland ist Fiebermessung nicht unbedingt das Maß der Dinge, weshalb jemand reinkommen darf oder jemand den Laden nicht betreten darf. Das ist in anderen Ländern, in Italien beispielsweise, ist es deutlich stärker vertreten. Aber man hat auf personelle Lösungen gesetzt, weil ich glaube, wir auch als Sicherheitsbranche uns gar keine Gedanken darüber machen, wie könnte denn der Zukunftsmarkt aussehen. Wir machen uns nur Gedanken darüber, wie kriegen wir Personal, Personal, Personal. Es gab einen Trend tatsächlich zwischenzeitlich das Personal zu ersetzen oder ergänzen, muss man ja ehrlicherweise sagen, mit Sicherheitstechnik. Sie kommen da aber wieder an das nächste Problem heran. Sie haben da nicht die Leute dahinter, die, wie wir alle hier, für gewöhnlich zu Hause einen PC haben, die mit Office-Produkten umgehen können, die so ein bisschen sich auch schnell in neue Programme einbinden können, sondern wir haben 25 Prozent aller Sicherheitsmitarbeiter sind 60 Jahre und älter. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich nach drei Jahren meiner Mutter, die auch über 60 ist, endlich so weit gebracht habe, dass sie ihr Smartphone und alle Apps, die sie braucht, da relativ eindeutig und einfach bedienen kann. aber wenn ich Mitarbeiter habe, die gar kein Interesse daran haben oder das auch nicht machen wollen, wie soll ich sie denn mit Technik und Substituten ergänzen? Also ich glaube, wir werden weiterhin der Personaldienstleister bleiben, was sicherlich unsere Keuernkompetenz ist, aber für die Einschätzung in der Zukunft müssen wir uns viel stärker auch damit beschäftigen, wie wir andere Technik reinbringen und da denke ich nicht an die nächste Kameratechnik, an die nächste Videoüberwachung, an die nächste Einbruchmeldetechnik, sondern wir müssen uns echt Gedanken darüber machen, wie wir wirklich neue Innovationen reinbringen. Neue Innovationen heißt aber auch und deshalb können wir und das soll ja die Grundsatzbotschaft hier sein, die Sie mitnehmen können, deshalb können wir nicht mehr über Mindestqualifikation sprechen. In der heutigen Ausbildung, Qualifizierung findet Technik, spielt da keinerlei Rolle und von daher, wenn ich A sage, muss ich B sagen, wenn ich B sage, nämlich dass ich eine höhere Qualifizierung habe, da muss ich mich auch anverlassen. Ich möchte Ihnen an der Stelle tatsächlich noch mal kurz diese Thematik Fremdwahrnehmung, ich habe das ja immer wieder angesprochen, aber ich würde mal einen anderen Aufschlag machen wollen oder einen ergänzenden Aufschlag an dieser Stelle, nämlich mal die Fragestellung, wie werden wir denn als Sicherheitsbranche eigentlich außerhalb der, ja, der Branche von Behörden oder Personen, die mit Sicherheit zu tun haben, eigentlich dargestellt und da muss man gar nicht so weit gucken, nämlich die Fragestellung eigentlich, welches Image haben wir und da würde ich Sie tatsächlich noch mal aufrufen wollen, jetzt zum gegen Abschluss noch mal in die Präsentation reinzugehen und zwar für Sie alle, dass wir uns mal, nur mal so in dem Vergleich die Frage stellen, hat die Sicherheitsbranche vielleicht ein überwiegend positives Image, wie ist Ihre Wahrnehmung dort oder hat die Sicherheitsbranche ein überwiegend negatives Image, das würde mich mal tatsächlich interessieren und da sind alle im Chat aufgerufen, da jetzt noch mal ihre Stimmung zum Abschluss abzugeben. Das sieht bisher sehr eindeutig aus, vielleicht möchte der ein oder andere entweder hier in den Chat mal die Begründung für sein Voting einstellen oder gerne auch als Handmeldung und hier uns allen mal erzählen, wie er zu der Entscheidung gekommen ist, dass die Sicherheitsbranche ein überwiegend negatives Image hat, wovon er es ableitet. Ich hätte eine Antwort dazwischen genommen, okay, also offensichtlich hängt das so ein bisschen davon ab, von welcher Perspektive man das aussieht, okay, okay, das ist was das ist was so wie es au go e und Prozent das ist auch das ist auch das ist alles da Glauben Sie, dass das eine Besonderheit der Branche ist, also wenn wir das vielleicht mit anderen Berührungspunkten vergleichen, also wenn Sie da Supermarkt sagen, sind Sie da, das ist natürlich alles ein subjektiver Eindruck an dieser Stelle, aber hat da der Sicherheitsmitarbeiter ein anderes Image als die Supermarktverkäuferin? Okay, der Flörsheimer schreibt, kommt vielleicht ganz auf die Person und ihr Auftreten an? Ja, würde ich auch unterschreiben. Ich glaube, das Spiel, da gibt es aber auch noch eine wesentliche weitere Rolle, nämlich die Fragestellung, wie werden wir denn eigentlich präsentiert? Und da muss man gar nicht weit gucken und ich frage jetzt Sie nicht, wer von Ihnen Hörspiele hört, ich oute mich mal an dieser Stelle, ich bin ein Hörspiel-Fan. Und man muss dann mal so ein bisschen auch gucken, mit welchem Bild der Sicherheitsbranche Kinder und Jugendliche bereits in Kontakt treten. Ich habe einfach mal drei Beispiele oder vier Beispiele ausgewählt. Das eine Beispiel kennen Sie vielleicht alle mit Kevin James, den Film der Kaufhauskorb 1 und 2, wo ja letztendlich auch dieser Sicherheitsmitarbeiter nicht gerade positiv besetzt ist an der Stelle. Es gibt aber auch weitere Beispiele und das finden wir durchweg durch alle, ich sage mal, Genres, sei es das wirklich für, ich sage mal, Kinder und vielleicht auch mehr Mädchen ausgerichtete Formate, Baby und Tina, wo es dann eine ganze Folge über einen kriminellen Sicherheitsmitarbeiter gibt. Oder Sie kennen denn vielleicht den Film oder das Hörspiel dazu, die drei Fragezeichen, die vergessene Geisterinsel, wo es eben auch am Ende des Tages der Wachmann der Kriminelle ist. Oder was ich extrem beeindruckend fand, die Folge 214, die, und das kann ich Ihnen wirklich allesamt mal empfehlen, die sich eine ganze Folge und zwar extrem gut recherchiert. Wir haben leider nicht die Zeit, ich hätte hier einen kleinen Ausschnitt, aber der geht, glaube ich, zwei Minuten lang, sich mit der Fragestellung befasst, wie kriminelle Sicherheitsmitarbeiter, die über eine geringe Qualifikation verfügen, gefälschten Sachkundezeugnissen einer Straftat schuldig machen. Und man merkt auch, zumindest mein Eindruck so ein bisschen, auch in diesen Hörspielen, wir haben dieses Image, klar, die Autoren sind keine Branchenprofis, die kommen, verarbeiten ihre Intentionen, ihre Erfahrungen, die sie vielleicht selber damit gemacht haben, aber auch das, was sie lesen und das, was sie an Problemen erkennen. Und wenn wir bei Problemen erkennen, dann müssen wir uns auch tatsächlich, ich überspringe das mal, auch damit die Frage stellen, naja, wie wird denn über uns berichtet eigentlich, über die Sicherheitsbranche? Und wenn man sich damit beschäftigt, dann wird einem eigentlich wirklich nur schlecht, weil Sie kennen vielleicht die Thematik des Goldmünzenraubs hier aus dem Bode-Museum in Berlin, wo dann am Ende des Tages ein Sicherheitsmitarbeiter, der wirklich nur wenige Tage für den Sicherheitsdienst im Bode-Museum tätig war, an kriminelle Mitglieder eines Berlin-bekannten Clans diese Informationen weitergegeben hat, wie welches Fenster, und das war das einzige Fenster, das nicht alarmüberwacht war im Bode-Museum, genutzt werden kann, wann die Kontrollgänge sind und wie man am besten diese Goldmünze entwendet, als Informationen weitergegeben hat. Beim Einbruch in das grüne Gewölbe in Dresden hat man ja jetzt auch Anklage erhoben gegen den, ich glaube, es ist sogar die gleiche Clan-Mitglieder, die dort den Einbruch verursacht haben. Man hat sehr lange, davon hört man nicht mehr viel, aber man hat sehr lange gegen die Sicherheitsmitarbeiter ermittelt seitens der Staatsanwaltschaft, weil man dort Ungereimtheiten und Abweichungen zwischen Dienstanweisungen, was festgelegt war organisatorisch, bei Einbrüchen, bei Alarmauslösung und dem tatsächlichen Ablauf festgestellt hat. Da gab es ja auch so eine, ich sage mal, israelische Sicherheitsfirma, die dann im Auftrag des Museumskuratoriums ja auch Internetbewegungen getrackt hat, wo ja auch die Sicherheitsmitarbeiter stark in den Vordergrund gerieten. Es kam ja auch sogar in Folge von dessen zu Hausdurchsuchung. Wir haben gerade momentan in Zwickau, das sind alles aktuelle Beispiele, da habe ich gar nicht lange in der Vergangenheit gekramt. Sie haben aktuell in Zwickau ein Verfahren gegen Sicherheitsmitarbeiter, die für eine Sicherheitsfirma gearbeitet haben, die die Alarmintervention bei Kaufland durchgeführt haben. Was haben die gemacht? Die haben an der Tür, ich übertreibe es jetzt mal so ein bisschen, aber die haben an der Tür gerüttelt, haben dann gewartet, bis sie den Auftrag der Alarmintervention bekommen haben, konnten dann begründet Kaufland betreten und haben dann im Auftrag, also es war ein Auftragsdiebstahl, während Waren im Wert von mindestens 25.000 Euro entwendet. Wir haben den Prozess, der Hauptprozess, der jetzt dieses Jahr abgeschlossen ist von Burbach, wo auf eine brutalste Art und Weise Personen, Flüchtlinge, Geflüchtete misshandelt wurden und gedemütigt und erniedrigt wurden. Wir haben gerade den Fall, haben Sie vielleicht aus der Presse wahrgenommen, mit dem West in Leipzig, was auf den unterschiedlichsten Ebenen mit den antisemitischen Vorwürfen des Musikers und Schauspielers dort einfach schlecht abgelaufen ist. Aber die schlimmste Ebene war, dass ein Sicherheitsdienst zum Einsatz kam, der fest mit den beiden Geschäftsführern in der rechtsextremen Leipziger Szene verankert war. Der Sicherheitsdienst ist im NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag genannt worden, namentlich genannt worden, weil der eine Geschäftsführer Kontakte zu einem V-Mann aus dem NSU-Bereich Kontakt hatte. Die haben dann für Sicherheit gesorgt, im Kontext einer antisemitischen Situation, haben Rechtsextremisten ein Haus beschützt, das mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert war. Also das alles ist nicht lange her, das sind alles aktuelle Beispiele. Und dann finden wir natürlich auch so etwas aus der Gegend von Baden-Württemberg, wo man dann auch wiederum liest, naja, Chef einer Sicherheitsfirma wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, die Behörde möchte jetzt praktisch ihm die Zuverlässigkeit versagen, man trifft sich vor dem Verwaltungsgericht und plötzlich werden dann sämtliche Vorwürfe oder der Entzug zurückgezogen an der Stelle und der Geschäftsführer trotz dieser Verurteilung, die ja nach § 34a ja eigentlich in Ausschuss der Zuverlässigkeit ist, darf weitermachen. Also diese ganzen Mechanismen, selbst wenn sie funktionieren, belegen eigentlich doch nur, dass wir als in der Branche ein riesiges Problem haben und ich könnte Ihnen noch unzählige andere Beispiele hier aufzählen, die man vielleicht wirklich im Monatstakt, im Zwei-Wochen-Takt immer wieder liest. Und da haben wir noch gar nicht über ganz andere Probleme gesprochen, die wir haben und deshalb ist bei mir tatsächlich an dieser Stelle echt die Fragestellung, die ich hier vorneher aufgeworfen habe, naja, dieses Bild und womit sie sich ja auch ein bisschen schwer getan haben, haben wir es negativ, haben wir es positiv, entspricht das nicht vielleicht auch der Realität? Warum tue ich mir so schwer damit und warum habe ich auch so einen kritischen Blick auf das BDSW? Ich habe ja in der letzten Woche in den Chat gepostet, dass ich über, das kann übrigens jeder machen und das würde ich Ihnen auch tatsächlich nur empfehlen, über Frag den Staat über das Informationsfreiheitsgesetz tatsächlich Ministerien anfragen können. Und ich habe Ihnen ja letzte Woche den Link gepostet, das kann ich im Nachgang auch nochmal zur Verfügung stellen, weil es darum ging, dass das Sicherheitsdienstleistungsgesetz in der Vorbereitung war und die ersten Workshops. Und wenn man sich dort, das ist nur ein Ausschnitt von einem Workshop, aber ich finde das sehr exemplarisch, mit der Fragestellung auch hinterfragt, wer beeinflusst eigentlich die Entwicklung zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz? Dann haben wir einen ganz, ganz großen Anteil daran von wirtschaftlich interessierten Sicherheitsunternehmen. Klar, die haben einen wirtschaftlichen Fokus, die darf man auch nicht außen vor lassen. Die Frage ist an dieser Stelle, warum darf beispielsweise eine Kötter sowohl über den BDSW als auch in der eigenen Verantwortung hier präsent sein, wenn, das ist übrigens für Secretas in anderen Workshops galt das dasselbe, wenn doch eigentlich die Meinung gebildet wird beim BDSW über die großen Unternehmen. Warum sind hier keine Kundenvertreter drin? Den Florian Flörsheimer habe ich ja über die Arbeitsgruppe aus unterschiedlichen Flüchtlingsräten kennengelernt, wo wir uns genau auch mit dieser Fragestellung mal aus Perspektive von Flüchtlingsräten beschäftigt haben, nämlich was machen denn private Sicherheitsdienstleister eigentlich in Asylunterkünften? Das haben die, warum ist der Kunde nicht da? Warum sind die Betroffenen nicht da? Warum ist, sie finden keinen dieser Workshops ein Arbeitnehmervertreter, weder Verdi noch die GÜP, wo ja in Teilen von, in anderen Bundesländern die, der neue Tarifpartner eben nicht mehr Verdi ist, sondern die Gewerkschaft öffentlicher Dienst ist? Also das sind ganz, ganz viele Fragezeichen, die noch dorthin stehen und da muss man sich tatsächlich die Gedanken an dieser Stelle machen, ob das tatsächlich so ausgewogen ist und mit all diesen Schwierigkeiten, wo wir heute nur einen kleinen Anriss gemacht haben, ob wir da nicht vielleicht auch auf dem falschen Weg sind und vielleicht auch andere Beteiligte bräuchten. Das soll zumindest jetzt erst mal von meiner Präsentation gewesen sein. Ich möchte Sie natürlich animieren, noch Ihre Fragen zu stellen, sowohl in Chat als auch gerne mündlich würde sich das, der Herr Flörsheimer fragt, würde sich das mit einem funktionierenden Bewacherregister nachhaltig ändern? Die Geschichte, dass das Bewacherregister nicht funktioniert, das ist ja eine Geschichte, die der BDSW erzählt, das Bewacherregister funktioniert und zwar so, wie es funktionieren sollte. Was ein Problem ist und was nicht funktioniert, also was ein Problem ist, ist, dass wir sehr lange Anmeldezeiten haben und Freigabezeiten haben, aber letztendlich sind die Zeiten, da gibt es Erhebungen auch vom BDSW, nicht länger als wir vorher hatten, in Teilen sogar vielleicht auch kürzer. Das hat sich, glaube ich, meines Erachtens inzwischen angespielt. Was nicht funktioniert, ist ja, dass wir keine Kontrollen in der Branche haben. Wir haben das gesehen bei den Recherchen rund um die organisierte Kriminalität in Asylbewerberheimen. Diesen Irrsinn muss man sich ja erstmal, also muss man sich ja auch mal vor Augen bringen. In Berlin hat man sich auf die Fahnen geschrieben, wir bekämpfen die organisierte Kriminalität, die soll keinen Fuß mehr finden und gleichzeitig fördert man mit genau solchen öffentlichen Ausschreibungen, die nur über Preis geben, die Sub, 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 Vergaben zulassen, genau wieder diese Mechanismen der organisierten Kriminalität. Aber da hat man festgestellt, dass Mitarbeiter zum Einsatz kamen, die überhaupt gar nicht im Bewacherregister angemeldet werden. Und wenn ich da keine Kontrollen habe, nämlich, dass mal wirklich vor Ort jemand guckt, ist derjenige, den ich jetzt hier gerade im Asylbewerberheim antreffe oder bei einer Veranstaltung oder im Objektschutz oder wo auch immer. Wenn da nicht jemand hingeht und kontrolliert, in Berlin sind das zwei LKA-Beamte, die sich darum kümmern. Zwei für 600 Unternehmen und ich weiß nicht, wie viele tausend, zehntausend Mitarbeiter, die wir in Berlin haben. Also diese Kontrolldichte kann es gar nicht geben, die wir für die Branche benötigen. Dann kann ich da ja Hinz und Kunz hinstellen, weil ist ja keiner da, der das kontrolliert. Also das Bewacherregister ist aus meiner Sicht da gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass der Staat oder die Behörden nicht erkannt haben, dass es notwendig ist, umfangreiche Kontrollen durchzuführen. Weil sich nur darauf zu verlassen, dass der Unternehmer seine Mitarbeiter schon anmeldet und zwar rechtskonform und ordentlich und mit allen den Bedingungen. Ja, Vertrauen ist zwar Sicherheit, das erzähle ich meinen Kunden auch immer, aber wenn ich solche Probleme habe, dann kann ich nicht mehr vertrauen. Dann muss ich kontrollieren und dann muss ich aber vielleicht auch keine Momentaufnahme. Das ist die zweite Schwäche an diesem System. Kontrollen sind ja nur Momentaufnahmen. Ich gehe zum Objekt hin und dann muss ich, habe ich vielleicht eine 50-50-Chance, dass heute gerade die Mitarbeiter im Einsatz sind, die angemeldet sind und ordentlich. Dann kriegt das Unternehmen einen Haken für dieses Objekt dran. Aber wenn ich gerade, ich brauche schon als Kontrollbehörde auch ein bisschen Glück, dass ich genau die treffe, die nicht im Bewacherregister angemeldet sind oder freigegeben sind oder ähnliches. Wobei, kleiner Hinweis, in Richtung auch der Kunden, ich würde das nicht nur auf Kontrollbehörde-Ebene, sondern wenn Sie als Sicherheitsmanager zukünftig Kunden sind oder auch Sie als Polizeibeamte und Sie schauen mal dort auf den Dienstausweis, dann muss der Dienstausweis nach der Bewachungsverordnung die Bewacherregister Identifikationsnummer vom Mitarbeiter und vom Unternehmen haben. Und wenn die schon nicht draufsteht, dann können Sie schon sehr sicher sein, dass dieser Mitarbeiter nicht angemeldet ist und dann können Sie als Polizeibeamte einen Hinweis an die zuständige Ordnungsbehörde geben. Oder hier in Berlin ist es ja relativ einfach. Das bleibt ja in der entsprechenden Behörde. Das ist ja das LKA 33 dafür zuständig. Und als Kunde kann ich ja mal beim Dienstleister nachfragen und sagen, zeig mir mal den Auszug der Sicherheitsmitarbeiter für mein Kundenobjekt, ob die wirklich alle angemeldet sind. Was muss ich halt wissen und die Fachkompetenz bei Kunden und Kontrollorganen sind, ist auch nicht exorbitant hoch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.